Herzlich willkommen zum ökumenischen Wochenimpuls hier aus der Neanderkirche. Ein Mensch fährt mit seinem Auto durch die Gegend und sieht einen Anhalter. Er hält ein, nimmt ihn mit. Die beiden fahren eine ganze Zeit miteinander. Plötzlich sagt der Anhalter zu dem Menschen, bitte halten Sie an. Der Mensch macht das. Der Anhalter steigt aus, legt sich auf die Straße. Der Mensch ist etwas verblüfft, geht zu ihm hin und sagt, was machen Sie denn da? Und der Anhalter sagt, ich warte darauf, dass meine Seele nachkommt. An diese Geschichte musste ich denken, als so die Woche bei mir noch einmal so ich Revue passieren habe lassen. So vieles in ganz wenigen Tagen. Und man ist irgendwie atemlos. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, ich komme eigentlich gar nicht zu dem, was ich eigentlich will, sondern ich werde gelebt. Was hilft? Ein Vers aus dem Epheserbrief, über den ich gestolpert bin. Und den möchte ich Ihnen eben vorlesen. Aus Epheser 5, der Vers 15. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Das sagt der Verfasser des Epheserbriefes den Christen damals und uns heute auch. Das heißt nichts anderes als, überdenkt doch euren christlichen Lebensstil. Wie lebt ihr euren Glauben? Wie sorgt ihr dafür, dass euer Alltag durchlässig wird für Gott? Das sind Fragen, über die man immer wieder nachdenken kann und wo es sich auch lohnt, darüber nachzudenken. Wie wird mein Alltag durchlässig für Gott? Wie lebe ich meinen Glauben? Was ist mir wichtig? Wir planen in der Regel unser Leben. Wir planen unseren Alltag. Wir planen unsere Freizeit. Wir planen unseren Urlaub. Aber wie wir unseren Glauben ausgestalten wollen, dafür nehmen wir uns in der Regel ganz wenig Zeit. Das schien schon damals ein Problem zu sein, denn nicht umsonst schreibt der Verfasser des Epheserbriefes ja an seine Gemeinden diesen Rat, diesen Tipp. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Ich habe mir vorgenommen, für die nächste Zeit immer wieder einmal mir Zeit zu nehmen, darauf zu achten. Wie mache ich das? Wie gehe ich meinen Alltag an? Wo ist da Raum für Gott? Vielleicht ist das ja auch ein guter Impuls für Sie. Bleiben Sie behütet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020